Wunderschönen guten Tag! Wir sind Itchy Pups Kid aus Eislanger der Filz und wir freuen uns wie Bolle auf das E-Lake Festival 2015. Wir feiern nämlich 20-jähriges Jubiläum. Das Ganze kostet nicht mal Eintritt und wir sind auch noch dabei. Es findet statt am 2. August, am 7. bis 9. August. Kommt vorbei, rockt mit uns! Wiedersehen! Tschüsse!